Was geschieht hier eigentlich? Wie geht es weiter? Worauf kann ich vertrauen? Und was bleibt, wenn alles zusammenbricht? Diese Fragen beschäftigen uns in stürmischen Zeiten wie diese. Doch die Antworten liegen nicht irgendwo da draußen, sondern tief in uns drin. Denn wir Menschen werden nur deshalb so durchgeschüttelt, weil wir nicht in unserer Kraft sind. Wie kann ich mein Bewusstseinsfeld nutzen, um besser durch den Wandel zu kommen? Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Stefan Mayer. Wir beide, immer wenn wir zusammensitzen, bevor es losgeht, ist das so, als würde wie so ein Feld aufgehen. Hast du das gerade wahrgenommen? Das war so Blase. Kannst du mit ein paar Worten sagen, was du genau tust? Also hallo erstmal. Immer wieder schön hier zu sein. Was ich mache, ich erinnere Menschen daran, weil ich selbst mal erinnert wurde, obwohl ich es gar nicht wollte, dass wir ein höheres Bewusstsein haben, was wir sehr einfach für uns nutzen können, in das wir sehr einfach eintreten können. Und dieses Bewusstsein dann dafür als Unterstützung herzunehmen, um hier im Alltag wirklich gut durchzukommen, um meine Wachstumsaufgaben zu erkennen, um sie auch durchzustehen und einfach um Begrenzungen aufzulösen, die mich daran hindern, frei zu sein. Was bedeutet denn Freiheit für dich? Freiheit bedeutet, dass ich mich bewegen kann und zwar entlang dem, was ich in mir fühle. Wenn ich etwas in mir wahrnehme, was ich entfalten möchte und ich bin aber nicht in der Lage, dass es irgendwie nach außen dringen kann oder dass es Teil meiner Realität werden kann, dann bin ich schon mal nicht frei. Also etwas zu tun oder durch mich durchfließen zu lassen, ohne dass ich denke und ohne dass jemand Einfluss darauf hat, das ist für mich unter anderem mal Freiheit. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Manchmal wissen wir auch gar nicht mehr, vor allem in stürmischen Zeiten, was mir wirklich entspricht, weil wir ja eigentlich gar nicht gewohnt sind, in unserer eigenen Mitte zu sein. Genau. Woran erkenne ich denn, was mir entspricht? Indem es sich wahr anfühlt. Und hier ist natürlich auch die Herausforderung des Fühlens. Fühlen ist ja ein Wahrnehmungskanal, der so nichts mit dem Tasten und nichts mit dem Sehen zu tun hat. Und das ist etwas, was wir uns wieder erarbeiten müssen, weil ohne Fühlen werden wir nicht den wahren Weg erkennen. Denn sonst laufen wir mentalen Geschichten hinterher und das Mentale, der Verstand, ist immer verkoppelt mit dem Unbewussten, also mit der Vergangenheit. Und er rechnet uns dann irgendwelche Sachen aus, die aufgrund von inneren Anteilen, die begrenzt sind, die Sicherheitsmaßnahmen haben, rechnet er uns Sachen aus, die in einem gewissen, in einer gewissen Bahn, in einer gewissen Enge sich befinden. Und wenn ich es schaffe zu fühlen. Und wie gesagt, da muss man sich schon mal auch ein bisschen drum kümmern. Das ist, als ob der Wahrnehmungskanal aufgeht. Weiter, weiter, weiter. Und dann fange ich an, wahrzunehmen, was wirklich geschehen möchte durch mich. Das ist dann weniger das, was ich will, aber das, was entstehen möchte. Und je mehr ich es entstehen lasse, desto mehr merke ich im Nachhinein, dass ich das eigentlich wollte. Durch ein tiefes Wissen, dass man eigentlich in der Ruhe ist. Kann man sagen, wenn etwas fließt, wenn es sich flüssig anfühlt und wenig Widerstände im Außen sind, dass man dann auf dem richtigen Weg ist? Es können auch viele Widerstände im Außen sein, weil der Weg heißt nicht, dass es leicht ist. Der Weg heißt nur, dass es wahr ist. Also ich habe ein Gefühl, egal was im Außen ist und außen, da zähle ich auch den Körper dazu, da kann was wehtun, da kann ich auch teilweise Gedanken haben, die mir Sorgen suggerieren. Aber ich habe ein tiefes Gefühl, es ist wahr, was ich tue. Ich weiß nicht genau, wo ich rauskommen werde. Ich weiß auch nicht, wie lange alles dauert. Ich weiß nur, es ist wahr. Und dann, meines Erachtens, bist du auf dem Weg und wenn du das fühlst, dann kannst du alles durchstehen. Das spielt keine Rolle mehr. Aber dieses Gefühl haben kaum noch Menschen, weil sie da nicht mehr hinkommen, weil sie abgeschnitten sind von dieser Wahrnehmungsebene. Ist das Abschneiden wirklich durch die Herkunftsfamilie passiert oder liegt das weiter zurück? Also viel früher. Von dem, wie ich das in meiner Arbeit sehe, ist natürlich in der Herkunftsfamilie, in diesem Leben, hat sich das wiederholt, das, was vorher schon da war. Aber wir sind grundsätzlich ganz sicher schon über eine längere Zeit abgetrennt. Ich glaube auch, dass es sinnhafterweise geschehen ist. Also so ein, wie einatmen und ausatmen, bloß ist dieser Atem hier etwas länger, des Abtrennens. Aber dann irgendwann will es zurückkommen. Und es kommt auch zurück und wir können uns dem auch nicht entgegenstellen, aber wir können auch mitfließen. Und dann ist dieses Zurückkommen ein ganz anderer Prozess, ein sehr freudiger, anstatt dass man geschoben, geschubst, gedrängelt wird, über Schmerzen immer mehr da reinkommt. Also es kann sanfter sein als schwieriger. Das ist die Frage, wie wir darauf reagieren. Also es geht ja um eine Erkenntnis, dass es diesen Prozess gibt, der ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten ja auch folgt. Was glaubst du, worum geht es wirklich? Was ist wichtig, dass wir erstmal erkennen, um überhaupt in der Lage zu sein, mit der Zeit jetzt gut umzugehen? Ich würde sagen, zuallererst zu erkennen, dass ich begrenzt bin in meinen Möglichkeiten. Und das impliziert ja schon, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe. Also das wirklich zu verstehen und oft ist es im Verstand, dass es anfängt, ah, okay, ich verstehe, da sind mehr Möglichkeiten. Ich verstehe, ich bin begrenzt. Und das dann irgendwann auch auf eine Art und Weise zu fühlen und dementsprechend zu handeln. Weil wenn ich weiß, dass ich begrenzt bin und mich erweitern möchte, was mache ich dann? Ich gehe auf die Suche nach Begrenzungen in mir. Das heißt, ich gucke nicht mehr im Außen. Was ist hier der Stress? Was ist das, was von außen an mich herangetragen wird? Sondern ich gucke, was ist die Begrenzung in mir? Und wer das verstanden hat, die Begrenzungen in sich zu suchen, auf eine Art und Weise, die zwar sehr ehrlich und auch mal stringent ist und trotzdem auch sanft und nicht überkonfrontativ, der ist schon auf dem Weg, der ist schon fast gar nicht mehr aufzuhalten. Geben uns denn im Außen die Situation, die wir erschaffen haben, bewusst oder unbewusst, letztendlich nicht Aufschluss darauf, was bei uns die Begrenzung ist? Also in dem Moment, wo wir merken, dass wir jetzt eine Blockade haben, indem wir nicht weiterkommen, in einen Konflikt geraten, dann ist es ja schon der Hinweis, oder? Wenn man in der Lage ist, den Hinweis zu erkennen, dann, er ist da, definitiv, aber es ist manchmal schwer, ihn wahrzunehmen. Das ist egal, ob es der Hinweis aus dem Körper ist, manchmal auch ein Hinweis aus den eigenen Gefühlen oder halt vom Außen getriggert, ist es schwer, die Ursache oder schwer, aber immer wieder eine Herausforderung, die Ursache herauszufinden oder was der Grund wirklich ist. Und da hilft halt das, was ich Bewusstseinsfeld nenne, dieser erweiterte Raum, wenn man eintritt, so sehr, weil wenn ich weiß, warum Dinge da sind, kann ich da reingehen, dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich lernen, dann kann ich sie auch erst mal ranlassen an mich. Ganz oft ist es ja so, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Und wenn ich in Verbindung komme damit, dann kann so viel in mir passieren, so viel Auflösung, es ist unglaublich. Und deshalb ist diese Zeit, in der wir leben, auch eine so besondere, weil wir haben Möglichkeiten, die sind unglaublich, unglaublich. Was glaubst du, was die größte Chance ist, die wir jetzt haben oder die größte Möglichkeit, von der alle profitieren? Entwicklung. Entwicklung erstmal individuell, jeder für sich. Und wenn sich jeder für sich entwickelt und auch wirklich auf sich schaut, dann wird es eine kollektive Entwicklung geben. Aber wenn ich möchte und warte, dass außen eine Entwicklung stattfindet, damit es mir besser geht und damit ich irgendetwas machen kann, das ist überhaupt nicht der Weg. Das ist eine völlige Verdrehung. Also muss ich schauen, was hat all das, mit dem ich in Resonanz gehe, was hat es mit mir zu tun? Und auch hier wieder die Herausforderung herauszufinden, wenn ich halt noch nicht so tief im Fühlen bin, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe, warum ist es da? Warum kommt das und beeinträchtigt mein Leben? Also nehme ich jetzt mal das Bild, Maßnahmen, wo ich mich unfrei fühle. Das haben wir jetzt alle. Der eine vielleicht, weil er nicht ins Fitnessstudio kann, ohne Test oder wie auch immer. Oder in der Schule mit Maske zu sitzen. Also überall Einschränkungen, wo wir nicht mehr ganz so flexibel wie früher einfach vor die Tür gehen und sagen, ich mache dies oder jenes. Heute heißt es auch, da kommst du nicht rein, da darfst du rein. Wenn wir doch alle das haben, was bedeutet das für uns? Woher kommt dieses Thema? Ist das die ursprüngliche Trennung von uns? Also ich bin mir relativ sicher, dass diese Themen mehrdimensional sind, dass sie mehrere Ursachen haben und auch auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten sind. Man kann sich das Kollektiv anschauen und würde bestimmt sehen, jeder in uns hat eine gewisse Unfreiheit, jeder in uns hat irgendwo einen Lügner, hat jemanden, der gerne auch mal für sich Sachen hat, bevor er das mit anderen teilt. Und wenn man das Kollektiv zusammenbringt, dann ist das ja, siehst du ein Kollektivbild in dieser eigentlich relativ kleinen Außenwelt, die es einsteuert in diese Welt, aber da bündelt es sich halt zusammen. Genauso gut könnte man sagen, das, was ich im Außen sehe, ist gar nicht so schlimm. Es ist zwar wirklich, es gibt Dinge, die sind so herausfordernd, da soll mich bitte niemand falsch verstehen, aber wenn man da genau reinschaut, dann kann man in sich Sachen entdecken, Glaubenssätze, die einen so eng sein lassen, die einen so vom Leben abtrennen, teilweise schon fast schon in das Einschlafen bringen, wo es fast schon depressiv wird. Und diese Glaubenssätze, die sind teilweise noch viel intensiver als das, was von außen wirkt. Und auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das, was von außen kommt, das ist ein Aufruf, ein Beweg dich, ich schiebe dich so lange, ich drücke so lange auf dich ein, bis du an der Wand stehst und dann drücke ich weiter. Und du kriegst keine Luft mehr und du kriegst keine Luft mehr und entweder du ergibst dich oder du fängst an, einen Weg zu finden, aus diesem Druck herauszukommen. Du fängst an zu atmen, du fängst an, in die Kraft zu kommen, du fängst an zu sagen, diese Hand drückt jetzt nicht mehr, du schiebst sie beiseite und dann fängst du an zu wachsen. Also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen man sich das betrachten kann und trotzdem, klar, gibt es Dinge, die sind so herausfordernd, wo man sagt, wow, wie soll ich damit umgehen? Und das wird auch eine Riesenherausforderung bleiben, gerade wenn es um Kinder geht und große Einschränkungen in dem Bereich. Also viele auch in unserem Bereich, ob es Spiritualität ist, Bewusstsein, auch, ich sag mal, freie Medien. Wir haben so viele Informationen, die wir jeden Tag im Internet bekommen und auch, wenn wir selber anfangen zu recherchieren, gibt es so einen Punkt, wo du dich fragst, sag mal, was ist denn jetzt noch wahr? So Sachen wie Lügen und eigentlich war es so und so und das existiert überhaupt nicht, die Matrix und weiß der Geier, was es da alles gibt. Da kann man schon irgendwie auch verrückt werden. Woran kann ich mich wirklich als einzelner Mensch halten und woher weiß ich, dass das meine Wahrheitsstimme ist und nicht irgendwo was, was ich hier nur aufgenommen habe und in irgendeiner Form verarbeite? Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich eine sehr einfache Antwort. Und zwar kann ich mich daran halten, dass ich am Ende nichts weiß. Je tiefer man hineingeht in dieses Mysterium der Existenz, des Universums, der Erde, erkennen wir, dass wir nicht genau wissen, was die Dinge zusammenhält. Und so ist es auch hier in dieser Außenwelt, also in der Matrix, in der Materie, dieses Spiel. Wir wissen es nicht genau. Es gibt diese Information, es gibt diese, dann sagt diese, dass diese nicht stimmt und diese sagt, dass diese nicht stimmt. Und alles ist eigentlich völlig durcheinander. Und mal zu sagen, ich weiß es nicht und ich muss es auch nicht wissen, weil wenn ich es wissen will, bin ich hier, bin ich im Verstand, bin ich in einer Ebene, die nicht die Tiefe, die nicht diese Öffnung hat, die ich als Wesen haben könnte. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht und lasse die Dinge sein, das heißt, ich weiß, dass das irgendwie da ist, das da ist, das da ist, ich weiß nicht genau, was die Wahrheit ist, aber ich lasse sie sein. Das ist der erste Schritt und das ist ein schon recht fortgeschrittener Schritt. Aber man sollte sich dahin arbeiten, weil man sich immer wieder verliert. Es gibt Horrorszenarien, was nicht alles passieren wird mit der Welt und wie dann alle aussehen und sich verändern. Und was bringt mir das jetzt? Es bringt mir eigentlich gar nichts. Außer, dass ich mit meiner Energie dorthin gehe, dieses Szenario speise, bei mir sich die Kanäle verengen. Aber mir bringt es gar nichts. Wenn mich jemand fragen würde, wie gehe ich mit diesen Sachen um im Außen, mit diesen ganzen Verrücktheiten, dann habe ich eine Antwort. Die nenne ich sogar manchmal so, dass es ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis zum Teilen. Aber ich nenne es nicht Geheimnis, weil es so besonders ist oder irgendwas, was nur wenige wissen dürfen, sondern weil es tatsächlich niemand weiß, weil es alle vergessen haben. Wie kann man umgehen mit all diesen Situationen? Ob sie schön sind, ob sie schwierig sind oder ob sie super schwierig sind? Und da kann gerne mal jeder zu Hause mitmachen und mal vielleicht die Augen schließen und mal hinfühlen, wenn da eine schwierige Situation ist. Egal, ob das im Körper ist, im Außen. Es ist wirklich herausfordernd. Sie kommt immer näher und sie gefällt mir nicht. Und das, was ich machen kann, wenn ich mich wirklich entwickeln will, wenn ich wirklich bereit bin, weiterzugehen in meiner Entwicklung, dann öffne ich mich für diese Situation. Es kommt und ich mache auf. Anstatt zu sagen, Vorsicht, erst mal stopp, erst mal gucken, mache ich genau das Gegenteil. Und das ist wirklich herausfordernd. Das muss man üben. Ich mache auf. Ich mache auf. Und dann gibt es Anteile in mir, die sagen nein, nein. Und ich mache weiter auf und erlaube, dass diese Situation mich berührt. Denn sie ist da, weil sie absolute Gründe hat. Gründe, die ich aber nicht erkennen kann, nicht verstehe. Und wenn ich bereit bin, aufzumachen für alles, dann kann mich alles berühren. Wirklich alles. Und das, was mich berührt, egal wie schlimm es am Anfang ausgesehen hat, wird mich heilen. Und das ist nicht so einfach. Und dann darf man sich auch hinarbeiten. Aber wer das verstanden hat, man kann das machen. Man braucht dafür kein Geld. Man braucht keinen Kurs dafür. Ich mache einfach auf. Es kommt. Ich merke, ich habe Angst und ich bleibe offen. Ich merke, ich habe richtig Angst und ich bleibe offen. Oder jemand schreit mich an, der Partner, der Chef, wer auch immer. Ich bleibe offen. Ich merke, es kneift. Es tut ein bisschen weh. Ich möchte mich verteidigen und ich bleibe offen. Lasse es wirken. Lasse es wirken. Atme. Atme. Und dann merke ich, das mache ich ein oder zwei Mal. Und dann ist es durch. Das Thema berührt mich. Auf magische Art und Weise geht es zu dem Thema, was ich in mir habe. Geht in Resonanz. Und sie lösen sich. Also offen zu bleiben, berührbar zu bleiben, das ist der große Schlüssel. Das ist ein Geheimnis, was es seit Tausenden von Jahren gibt, was keiner kennt, was kaum jemand anwendet. Weil alle sagen, okay, wir müssen das machen und hier machen und das verändern. Aber unsere Möglichkeiten der Veränderung sind auch begrenzt. Wir sehen das hier. Der eine möchte jemanden überzeugen, die eigene Meinung zu übernehmen. Der andere versucht, hier was zu ändern, vielleicht in der Parteienlandschaft. Und alles funktioniert aber nicht so richtig. Und ich glaube, wir müssen das reinlassen. Was kommt, das ist zwar entgegen dem, was viele sagen, man muss sich auch schützen, man muss aufpassen. Und da sage ich genau das Gegenteil. Lass es rein. Und je schwieriger es ist, desto weiter bringt es dich in deiner Entwicklung. Und wer das macht, wird sich so weit entwickeln, weil es wird immer verrückter werden und ich erlaube, dass es mich berühren darf. Denn das, was ich wirklich bin, kann nicht verletzt werden. Niemals. Und wenn man merkt, es gibt Anteile in mir, die können diese Offenheit nicht halten, die müssen zumachen, dann suche ich mir eine Möglichkeit, diese Anteile zu lösen. Eine ist das Bewusstseinsfeld. Es gibt tausend andere. Jeder findet seinen Weg, innere Anteile aufzulösen, die Angst haben, offen zu bleiben. Und wenn ich das mache, dann schaffe ich es immer mehr. Ich bin geistig offen, ich bin energetisch offen. Die Energie fließt. Und da, wo andere keine Möglichkeit finden, weil Enge im Außen entsteht, kommen mir Inspirationen. Ich finde Wege. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt. Als die ersten Lockdowns kamen, habe ich auch erst mal mich echt erschrocken. Weil auch gibt es Familie und es gibt Kinder und so weiter. Und dann habe ich aufgemacht. Und dann kommen die Möglichkeiten. Und ich habe viel früher gearbeitet als die meisten anderen. Wir haben Wege gefunden, durch alles durchzugehen. Denn es gibt im Universum jede Möglichkeit. Und wenn ich in der Lage bin, sie zu empfangen, dann kann ich sie für mein Leben nutzen. Also und das darf man üben, üben, üben. Es ist auch nicht immer leicht, aber es funktioniert. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade war. Ich war sowas von in deinen Worten reingefallen. Oh, du hast mich gerade beeindruckt. Aber nicht das, was du bist, sondern das, was da gerade passiert ist in mir. Dieses Weiten kann man sagen, dass es eigentlich jeden Tag deswegen so ist, wie es ist, damit wir einfach nur hier ... Das ist ein Spielplatz der Erfahrung. Und wir dürfen jeden Tag neue Erfahrungen machen. Also so sehe ich es. Es ist ja schon hinreichend bekannt, dass die Erde eine Illusion ist. Maya, da gibt es ganz alte Schriften. Und jetzt ist das, was wir sehen, wie eine etwas verlängerte Illusion. Sie ist einfach noch ein bisschen deutlicher. Allein hier zu sein, ist schon so illusionär. Trennung wahrzunehmen. Zu sagen, das ist mein Körper, ist schon so eine große Illusion, dass das, was jetzt im Außen passiert, in Wahrheit gar nicht mehr so dramatisch ist. Es ist nur, dass wir hierher kommen und wir wollen gerne so ein Urlaubsleben haben, wo alles angenehm ist und alles so ein bisschen ... bisschen Arbeiten, ein bisschen Urlaub, ein bisschen Entwicklung, ein bisschen Kinder, ein bisschen dies. Und jetzt auf einmal kommt so eine große Welle, die sagt so, jetzt bestimme ich dich. Und du stehst da und denkst, oh mein Gott. Und jetzt damit umzugehen, ist halt die Herausforderung. Es ist aber gar nicht so viel illusionärer, als es bis jetzt ohnehin schon war. Es wird halt offensichtlicher. Und wenn es offensichtlich wird, dann hat es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ich sage nicht, dass es so ist, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es anfängt, sich zu lösen. Weil in jedem inneren Prozess, wer das kennt, wenn ich an eine Traurigkeit rankomme in mir, die ich bis jetzt nicht wirklich gemerkt habe und sie wird aber frei, dann bin ich traurig. Dann bin ich so traurig und denke, oh mein Gott, warum bin ich so traurig? Aber das ist ja schon die Lösung. Es ist ja schon der größte Teil der Lösung passiert. Oder in der Homöopathie kennt man es auch. Du nimmst ein Mittel Erstverschlimmerung und dann wird es besser. Also wenn wir sehen, dass es jetzt schon so in dem Sinne eskaliert, dann ist das ein Indiz dafür, dass es sich löst. Ansonsten könnte es wohl schwingend irgendwo halbwegs unter der Oberfläche bleiben. Aber es ist an der Oberfläche. Das heißt, wenn du das tust, ist automatisch jemand, der auf dich zukommt und noch in diesen Programmen, sage ich jetzt mal, ist, der sich noch so abweisend verhält, dem Leben gegenüber letztendlich, was ja ihn berühren will. Dann veränderst du ja schon das Feld, weil du nicht mehr darauf reagierst. Also nicht mehr in der Form reagierst, dass du es ablehnst. Wie glaubst du, entwickelt sich das weiter? Es gibt ja sehr viele Menschen, die noch nicht so weit sind. Können wir wirklich was bewegen, wenn es nur wenige sind, die sich so verhalten? Ich denke, es ist völlig egal, was alle anderen machen. Das ist halt das Verrückte, weil wir schauen immer auf andere. Wir meinen, dass unser Schicksal abhängig davon ist, was andere tun. Vor allem, was andere tun, die ich nicht mag. Das heißt, ich lege mein Schicksal in die Hand von Menschen, die ich ablehne. Und das ist verrückt, weil wir reden über Spiritualität und wir haben es schon so oft gehört. Wir haben Energien in uns. Wir können angeschlossen sein an Energien und an Quellen, die viel größer sind als alles, was hier in dieser Illusion stattfindet. Also warum kümmere ich mich um andere? Ich kümmere mich um mich selber. Und natürlich nehme ich mal wahr, ich lebe ja hier. Ich nehme natürlich wahr, wann muss ich welchen Zettel vorzeigen, um irgendwo reinzukommen. Solche Sachen muss man dann irgendwo mal wissen. Aber ich brauche mich nicht damit zu identifizieren. Und ich könnte mir mal ein breiteres Bild aufmachen und sagen, wenn ich halt nicht mehr in dieses Zimmer, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen was, das Kino, in dieses Haus darf ich nicht mehr rein. Oder in diesen Raum lässt mich jemand nicht mehr rein. Ja, da gehe ich halt in einen anderen Raum. Da gehe ich mal in einen inneren Raum. Da treffe ich mich mit Menschen im Wald oder auf einer Wiese. Das ist sowieso am Ende viel angenehmer. Was will ich mit all diesen verrückten Energien? Die kommen ja oft auch aus dem System. Das heißt, es geht für mich überhaupt nicht darum zu sehen, was wird wann mit all den oder mit diesem großen Konzept sein, sondern es geht darum, was ist mit mir und was kann ich mit mir machen? Und wie kann ich heute vielleicht mal eine Stunde sinnvoll verwenden, um mich ein bisschen zu entwickeln? Und da könnte ich einfach sagen, ich setze mich hin und öffne mich. Ich öffne mich für alles, was hier gerade passiert. Also ich kümmere mich um mich und das ist das Einzige, was zählt. Und dann merke ich, weil ich offen bleibe und Energie fließt, dass ich ein anderes Leben führe. Also braucht es keine Spekulationen mehr, was, wann, wie, sondern nur, was mache ich heute? Wie nutze ich heute eine Stunde gut für mich? Als Beispiel. Mir kommt die ganze Zeit so eine Frage. Nehmen wir mal den investigativen Journalismus oder auch Menschen, die Detektive sind oder die wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind für bestimmte ungelöste Themen. Aus dem Schmerz heraus, aus Ablehnung heraus entwickeln wir ja auch Aufgaben oder Glauben, berufen zu sein, das und das zu tun im Leben. Und wenn ich jetzt mal nicht mehr, wenn ich das jetzt übertrage, was du gesagt hast, alles empfange und nicht mehr wirklich Antworten suche, bleiben wir da in der Evolution nicht auch irgendwo stehen. Es braucht doch auch die, die hinausgehen und, ich sage es jetzt mal übertrieben, auch kämpfen und bohren und hinterfragen und in die Aktion gehen und sagen, nicht mit uns, bis hierher und nicht weiter. Also an einem gewissen Punkt ist ja auch die Ablehnung auch ein Motor, um was zu verändern. Hier auf dieser Spielfläche gibt es für jeden etwas. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich hier auszuleben und deswegen hat jeder auch einen anderen Weg. Jeder hat eine andere Aufgabe, hat ein anderes Empfinden aus sich, hat einen anderen Entwicklungsstand. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt es gibt 100 Leute, die irgendwie wollen, die wollen irgendwelche Menschen in eine Richtung bringen. Und dann hast du da 10.000 Leute und die fangen jetzt alle an und öffnen sich einfach für diese Energien und werden 100 Prozent oder vielleicht 95 Prozent durchlässig, dann kann nichts mehr passieren. Dann wird man nirgendwo mehr hingeschoben. Es ist nicht mehr möglich. Man ist nicht mehr erreichbar für solche Energien, weil man in einem ganz anderen Raum ist und die Antworten, die man braucht, die kommen aus einem heraus. Und das sind sehr wenige und sehr einfache Antworten, weil all dieses, wo kommt das her, was ist da geschehen, was wird morgen sein, was war gestern, das ist irgendwann nicht mehr wichtig. Für wen es heute wichtig ist, ist das absolut in Ordnung. Und der soll dem nachgehen und der soll kämpfen und der soll genau das machen, was sich für ihn stimmig anfühlt, weil es kommt aus irgendeiner Art und Weise aus ihm heraus. Aber wir brauchen keine Kämpfer, um absolut uns weiterzuentwickeln. Denn wir haben ja göttliche Energie in uns, die uns jederzeit alles zur Verfügung stellen kann. Also wir können uns sehr wohl entwickeln, ohne zu kämpfen, ohne irgendjemanden seine Aufgabe zu beenden, im Sinne, der soll das und das nicht mehr machen und der soll das und das nicht mehr machen. Das braucht es nicht. Es gibt viel ausgedehntere Ebenen, die wir nutzen können, wo wir dann damit gar nichts mehr zu tun haben. Diese Polarität, ja, das würde ich gerne, das interessiert mich auch. Inwieweit ist ja auch das, was wir als das Dunkle nennen, in Wirklichkeit, wenn wir es zulassen und wirklich hineinfließen lassen in uns und es aufnehmen, integrieren letztendlich, einfach auch nur unsere eigene Schatten. Schatten im Sinne von unser blinder Fleck, der uns ja nicht bewusst ist. Es ist genau so, genau so sehe ich es. Polarität bedeutet ja, du hast die eine Seite und die andere Seite und sie brauchen sich gegenseitig, damit etwas geschieht. Und ja, wir haben Anteile in uns, wir haben Dunkelheit, das ist ein ganz normaler Anteil von uns und es hat auch mit böse und schlecht überhaupt nichts zu tun. Wenn ich aber diesen Teil der Dunkelheit, ein Kraftaspekt, wenn ich den abtrenne von mir und das ist oft geschehen in den letzten Jahren, letzten Leben, dann ist der abgespalten und macht dort sein eigenes. Und wenn dazu Anteile kommen, die Sorgen haben, zum Beispiel Sorge, ich könnte nicht gut genug sein, ich könnte nicht genug haben, wie kann ich überleben? Diese Sorge setzt sich dann zusammen mit der Dunkelheit und dann fangen die auf einmal an zu sagen, so, wir brauchen etwas, wir müssen etwas holen, wir müssen etwas für uns machen. Dann vergessen wir andere und wir tun Dinge, die nur für uns oder in unserem begrenzten Rahmen wichtig sind. Und das nennt man dann Manipulation. Und wenn man dafür alle Möglichkeiten ausnutzt, nennt man das schwarze Magie. In Wahrheit haben wir alle diese Dunkelheit in uns und wenn wir erkennen, dass die, die abgespalten ist, also wenn wir anfangen, sie zu fühlen durch einen inneren Prozess, innere Arbeit und sie wieder integrieren, wird es ein Kraftaspekt, dann habe ich Licht und Dunkelheit, aber keine böse manipulative Dunkelheit, sondern einen Raum der Kraft, der, wo etwas entsteht, der Leere, aus der alles rauskommt und vibriert. Also wir haben die Dunkelheit oft abgespalten, dadurch auch auf eine gewisse Art und Weise manipulativ und deswegen sehen wir sie im Außen, lasse ich mich berühren davon, gehe auch mal rein in so eine Energie, wo ich merke, hätte ich nicht gedacht, dass ich das habe, dann werde ich freier und immer ganzer, bis ich irgendwann wieder diese Kugel bin, wo alles integriert ist und dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr hier sein. Also mir kam gerade ein Bild, wenn wir so viel Abspaltung ja haben, verbringen wir mehr Zeit damit oder haben mehr Energie, verballern wir, um uns als Ganzes zu empfinden, um uns selbst in irgendeiner Form aufrecht zu erhalten in diesem ganzen System und haben vielleicht 90 Prozent Energie verschleudert, nur um überhaupt klarzukommen und 10 Prozent, wir sind dann so erschöpft und die 10 Prozent, die wir nur noch nutzen können, reicht ja letztendlich nicht, um glücklich zu sein. Also mir kommt es so vor, als würden wir fast alle unsere 90 Prozent wirklich nur dafür aufbringen, in diesem Gefühl, wer bin ich in Bezug auf das Außen und anstatt es zu drehen. Weißt du, was ich meine? Dass die Perspektive sich ändert. Und wenn wir nicht so traumatisiert wären, würden wir gar nicht so viel Energie aufbringen müssen, um das System alles so zu deckeln und unsere Anteile nicht zu fühlen und so. Sehe ich genauso. Ich würde das Bild sogar noch ein bisschen erweitern. Wir brauchen 90 Prozent, um überhaupt ein bisschen vorwärts zu kommen. Also vorwärts bedeutet aufstehen, arbeiten, Geld verdienen, dass ich zum Essen komme, dass ich irgendwie in einen Urlaub komme, wo ich mich ein bisschen wohlfühle. Ich habe wie zwei Handbremsen angezogen, noch nicht bis ganz oben, aber fast. Und dann die ganze Energie, um vorwärts zu kommen. Und ich könnte mich eigentlich einfach hinsetzen, die Handbremsen nehmen, das ist zwar ein Prozess, der auch ein bisschen Zeit braucht, löse die, mach die runter und sitze da und dann macht es wusch und dann fließt es einfach durch. Und dann stehe ich irgendwann auf, mache irgendwelche Dinge, fange an zu arbeiten, den Leuten gefällt es, den Leuten entspricht es, irgendwie kommen die Leute von allein. Ich merke, ich arbeite viel weniger, habe aber viel mehr Auskommen dadurch, viel mehr Output. Ich sage es immer wieder in meinen Seminaren, wir sind in einer Zeit, wir gehen weg vom Tun und vom Müssen hin zum Geschehenlassen. Und Geschehenlassen bedeutet, ich erlaube, dass es durch mich fließt. Und das bringt natürlich nichts, wenn ich mich einfach nur hinsetze und sage, okay, ich erlaube, heute fließ mal, die Arbeit soll jetzt wachsen. Das ist es nicht. Aber zu schauen, welche Anteile in mir blockieren und dann wirklich in dieses Verständnis zu gehen. Erstmal mental, dann auch immer tiefer im Fühlen. Es kann fließen. Und der Fluss ist so riesig und man braucht gar nicht so viel zu tun. Also weg vom, ich muss etwas tun, hin zu, ich erlaube, dass das geschieht und jetzt kommt es, was geschehen will. Nicht ich erlaube, dass geschieht, was ich will, sondern ich erlaube, dass geschieht, was geschehen will. Und wenn es geschieht durch mich, dann erkenne ich, wow, das ist ja das, was mich am meisten glücklich macht. Viel mehr als das, was ich vorher dachte, was ich möchte. Also geschehen lassen. Immer mehr. Innere Arbeit, Anteile auflösen, den Fluss fließen lassen, offen bleiben, offen bleiben, berührbar bleiben und das immer wieder. Immer wieder. Ich verschließe mich mal, da hat mich irgendwas erwischt, ich habe Angst bekommen. Dann setze ich mich hin und mache langsam wieder auf. Langsam wieder auf. Und das geht. Ist Krankheit ein Verschluss? Ist Krankheit eigentlich nur das Ergebnis von immer wieder verschließen, verschließen, verschließen? Könnte man so sagen. Ist einfach ausgedrückt. Aber ja, ich verschließe mich eher dann in kleinen Bereichen. Nicht komplett, sondern in einem gewissen Bereich. Ich traue mich nicht, diese alte Emotion zu fühlen. Ich habe gemerkt, da ist etwas in mir in Resonanz gegangen, zu einer gewissen Geschichte, die passiert ist. Ich habe jemanden geliebt, der hat mich nicht geliebt und das hat mich geschmerzt. So, diese Traurigkeit, irgendwann drücke ich sie ein bisschen weg. Und wenn ich sie, wenn ich mich nicht öffne dafür, dass ich auch mal so berührt werden darf, eine Herzverletzung, dann drücke ich es weg, verschließe mich in dem Bereich und dann kann es sein, wenn ich das ein paar Mal mache oder nie hinfühle, dass es sich auf mein Herz auswirkt. Oder wohin auch immer. Also es ist immer ein Verschluss. Oft temporär und auch wie regional in mir. Also nicht ein Gesamtverschluss, aber mehrere Verschlüsse. Hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Sorgt natürlich dafür, dass das Gesamtsystem zugeht. Du sprichst ja immer von Bewusstseinsfeld oder Äther oder wie man es auch immer nennen mag. Bist du gläubig? Glaubst du an Gott? Ist eine schwierige Frage, weil Glauben und Wissen, das sind ja die Sachen, wo man sich ein bisschen schauen muss, was ist es wirklich? Viele Sachen glauben wir. Und ja, ich würde sagen, ich glaube an etwas Göttliches, versuche aber immer diese Worte gar nicht so zu benutzen, weil sie so stark geprägt sind. Und auch wenn wir uns lösen von dem Wort Göttlich und Gott, wir immer noch eine Vorstellung haben. Ich glaube daran, dass es ein Leben gibt und dass das Leben ein Fluss ist, der sich selbst erhält und der sich selbst belebt. Und das bedeutet für mich, mal einfach gesprochen, machen Dinge Sinn. Also es ist für mich sinnvoll, dass etwas geschieht im Leben, wie es geschieht. Weil ich immer wieder erkennen kann, oft im Nachhinein, was daraus, was ich lernen konnte. Also warum es geschehen ist, was es mit mir gemacht hat. Und wenn man jetzt einfach sagen würde, ja okay, nehmen wir das Wort Gott, dann würde ich sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich würde es aber in anderen Worten benutzen. Weil ich fühle es, dass da etwas ist. Ich fühle Wohlwollen. Ich fühle, wenn ich mich für etwas, was gefährlich scheint, öffne, merke ich, dass danach ein unglaubliches Wohlwollen geschieht. Und da muss für mich eine Intelligenz dahinter sein. Weil wie Dinge zusammenkommen und dann auf einmal Auswirkungen haben, da kann ich für mich nicht mehr sagen, dass das Zufälle sind oder dass das irgendwie selbstgemachte Situationen sind. Naja, es gibt ja auch so viele Stimmen, die sagen ja immer nur Licht und the law of attraction und so. Also wir können ja nicht immer nur Liebe, Liebe, Liebe. So wenn man so in den spirituellen Kreisen mal die Ohren aufmacht. Kennst du das Gefühl, dass man es manchmal gar nicht mehr hören kann? Liebe, Liebe, Liebe. Weil am Ende spürst du, dass da trotzdem was anderes ausgesendet wird. Woran erkenne ich denn, ob das echte Liebe ist? Ist das wirklich, wirklich, ob ich es wahrnehme, ob es für mich zutreffend ist? Also erst mal, ich glaube, wir können es nicht mehr hören, Liebe, 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 weil wir nicht in der Lage sind, in der Liebe zu sein. Wenn wir in der Lage wären, ganz da drin zu sein, in diesem Raum, den man natürlich erst mal besprechen müsste, was ist denn Liebe wirklich? Wenn wir in der Lage wären, würde es uns nicht mehr stören. Ich glaube schon, dass viele Menschen es für sich erfahren haben, dass Liebe ein wirkliche, eine Heilung ist, ein Raum, in dem dann es mir viel besser geht und Dinge auch geheilt werden können und dementsprechend sprechen sie davon und wenn ich jetzt mehrere höre, die davon sprechen, kann es mir manchmal auf die Nerven gehen, weil ich selber überhaupt nicht in diesem Raum bin und in dem Moment auch nicht glaube, weil ich der Meinung bin, wenn jemand so etwas im Außen macht, da hilft Liebe auch nichts, da würde jetzt nur Gefängnis helfen. Ich denke schon, dass Liebe die Lösung so menschlich gesehen ist, wir aber Begrenzungen dagegen haben und ja, wie kann ich fühlen, was echte Liebe ist? Da würde ich auch wieder sagen, das, was wir am Anfang schon hatten, es nicht zu wissen, nicht zu wissen, was Liebe ist, weil wenn ich, ich nehme gerne mal so das Beispiel von einem Baum, wenn ich mir einen Baum anschaue, dann weiß ich sofort, unbewusst, die Gedanken kriege ich gar nicht mit, nur wenn ich sehr aufmerksam bin. Ich weiß sofort, das ist ein Stamm, ein Baum hat Äste, der hat eine Krone, der hat Blätter, je nachdem, im Winter dann halt nicht, der hat Wurzeln, ich weiß sofort, was ein Baum ist, ich gucke es mir an und weiß schon alles und wenn ich mir dieses Ding jetzt mal anschaue und das kann jeder mal üben, du guckst es dir an und du vergisst absichtlich alle Worte und das braucht ein bisschen Übung. Dass es nicht Baum heißt, genau. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was diese Dinger daran sind und das mal ganz ehrlich und wirklich gefühlt, nicht aus Spinnerei, aus dem Verstand, das ist Quatsch, mal richtig reinzufühlen, ich weiß nicht mehr, was es ist, du siehst es ganz anders als vorher und so würde ich es mit der Liebe auch machen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin bereit, es zu erfahren und dann kannst du es aus dir herauskommen lassen, manchmal fließt es auch wie von oben ein und dann kriegen wir ein Gefühl dafür, dann ist es nämlich nicht oder nicht nur dieses warme Gefühl, was ich zu einem Menschen habe, wo ich sage, oh jetzt fühle ich mich erwärmt oder jetzt fühle ich mich angezogen, sondern es ist viel mehr, es ist ein Raum vor allem, wo alles sein darf, wo völlige Akzeptanz ist, wo ich keine Sorge mehr habe, wo ich keine erlaube und es ist nicht diese, manche können Liebe nicht mehr hören, weil sie das ein bisschen schmierig auch finden, ja Liebe bedeutet, ich nehme alles in den Arm und ich bin mit jedem irgendwie so und kuschel dann mit denen rum, die ich nicht mag, das ist es nicht. Es ist einfach ein Raum, wo die Dinge sein dürfen, es ist eine ausgedehnte Energie, eine hoch schwingende Energie und dort gibt es keine Sorge mehr und dort kann ich sein, dort kann ich mich entwickeln und dort kann ich leben. Also etwas anderes, ich weiß nicht, was es ist, auch ein Schlüssel zu unglaublich großer Entwicklungsmöglichkeit. Also mit dem Baum, das kenne ich auch. Ich habe dann das Gefühl, der existiert wirklich dann nicht mehr am Außen, dann wird mir klar, dass er in mir existiert als ich und das ist ein Gefühl, das erkennen. Schaust du auch Menschen so an, in deinen Seminaren oder Vorträgen, dass du einen Mensch anschaust und irgendwann durch ihn so durchguckst und gar nicht mehr so richtig, das spielt keine Rolle, wie er heißt, woher er kommt, dass du plötzlich so Wahrnehmungen hast, so verschiedene Bilder, Persönlichkeiten, die auf einmal vor dir sitzen. Kennst du das? Ja, wie sehr regelmäßig. Gerade im Seminar mache ich den Raum auf, dass die Leute auch in diese erweiterte Energie reinkommen, sehr leicht reinkommen und dann sehe ich natürlich viele Oberflächen. Also wir bearbeiten da ganz viele Themen und dann sieht man immer, da ist eine Wut, da ist die Unsicherheit und das sehe ich und weiß auch, dass es gelöst werden muss, hat aber für mich gar keine wirkliche Existenz, sondern die Existenz liegt dahinter und wenn du schon fühlen kannst, wow, diese Existenz ist da und sie geht ihren Weg und das selber fühlst und dann mit den Menschen auf diese Art und Weise sprichst und sagst, du hast da dein Thema, aber da ist auch schon die Lösung. Dann gehen sie in ganz andere Prozesse rein. Dann können sie viel tiefer hinein, weil einer da ist, der dieses Vertrauen ausstrahlt, der es auch wirklich in sich glaubt und nicht einfach nur so sagt. Und wenn man sich vorstellt, dass das mehrere Menschen hätten, wenn man sich vorstellt, dass das mal ein Geschäftsführer einer Firma hätte oder ein Abteilungsleiter oder ein Politiker, was dann los wäre, dieses Vertrauen in Menschen zu fühlen und diese Energien ein bisschen zu fördern und sie zu ermutigen, dann hätten wir eine große Veränderung. Dann bräuchten wir keine Kämpfer mehr, nicht mehr so viele, dann bräuchten wir die, die es wirklich fühlen und wirklich glauben und dadurch transportieren können. Und das steckt unglaublich an. Machst du sowas schon, dass du so Firmenbosse oder so, ja, so Menschen, die wirklich in der Wirtschaft auch hohe Positionen besetzen, dass die auch schon inzwischen sich mit diesen Themen beschäftigen und zu dir kommen? Sie kommen als Einzelmenschen, also sie kommen für ihre persönliche Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht, was der Mensch meistens oder Mann oder Frau ist mit der größten Firma. Aber ja, es kommen welche, die wirklich in der Wirtschaft arbeiten oder die Hotels haben. Es ist nicht so, dass ich sie in ihrem Business begleite, sondern ich begleite sie in ihrem Wachstumsprozess. Und ganz sicher fließt dann etwas ein in die Firma. Aber ich fühle schon, dass es in der Zukunft auch so sein wird, dass die Firmen von oben verändert werden. Das geschieht teilweise von unten heraus, weil die Mitarbeiter sich verändern und sich dann auch die obere Etage mit verändern muss. Aber es wird auch von oben passieren. Es werden dann irgendwann Menschen dort sitzen, die das wirklich von oben die Energie durch sich selber in diese Firmen reinfließen lassen. Und es kann sein, dass irgendwann meine Aufgabe ist, daran teilzuhaben. Aktuell ist es noch eher so, dass ich nur in dieser persönlichen Entwicklung tätig bin für Einzelmenschen. Klar, wir machen das in Gruppen. Das findet nur in Gruppen statt. Aber dieser Mensch, dieser Unternehmer kommt für sich. Glaubst du, dass so schwerreiche Menschen, die sagen, ich kann alles kaufen und ich habe dies und jenes und ach, was kostet die Welt, dass die, weil sie eben auch in der Materie so verankert sind und sicher sind, deswegen vielleicht auch noch nicht so in die Prozesse reingeworfen werden, als die, die Job verlieren, Beziehung bricht auseinander, weiß nicht, wie es weitergeht? Kann beides sein. Man kann sehr viel Geld haben und sagen, okay, ich komme irgendwie weiter in meinen Urlaub. Ich bezahle dafür. Oder man kann auch mitkriegen, ich habe eigentlich alles. Ich habe das Haus, ich habe das Boot, habe dies, habe die Urlaube. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn es mal ruhig wird, dann fühle ich mich überhaupt nicht gut. Deswegen gibt es schon auch einige Menschen, die ganz viel erreicht haben im Außen und die dann merken, das reicht nicht. Die Beziehungen laufen nicht oder wie auch immer, Familie, da gibt es ja auch viele Konflikte. Alles Mögliche. Und selbst wenn das einigermaßen läuft, kann man fühlen, da muss irgendwie mehr sein. Also es gibt nicht dieses eine, wer wird wirklich angetriggert? Also wer wird so berührt von diesem großen Ganzen, dass er sich bewegt? Das kann der sein, der gar nichts hat. Das kann der sein, der in der Materie alles hat. Ich habe beides erlebt. Welches Gefühl ist jetzt gerade von unseren Zuschauern, weil die Sendung wird zwar jetzt aufgezeichnet, aber irgendwann wird sie gesehen. Das heißt jetzt. Fühl mal rein. Welches Gefühl ist gerade von unseren Zuschauern und hier in diesem Raum präsent? Welches Gefühl darf jetzt in diesem Augenblick gefühlt werden? Das erste, was kommt, ist die Angst, dass man bestimmt wird und so gedrückt wird, dass man in keinster Weise mehr das machen kann, was einem selbst entspricht. In Kleinigkeiten, in Einzelheiten, aber dass der Druck so groß wird, dass ich Dinge machen muss, die mir so Angst machen oder die mich so einschränken, die ich nicht will, das ist ein Thema, was ganz viele Menschen betrifft. Und da kommt die große Herausforderung, das ist jetzt gleich ein Entwicklungssprung, ein Quantensprung, wenn man sich noch nicht länger vorbereitet hat. Es drückt und drückt und drückt. Und jetzt zu sagen, und das meine ich auch so, wie ich sage, ich bin völlig verrückt und ich mache jetzt auf. Es ist mir jetzt egal. Ich fühle auf irgendeine Art und Weise, dass das stimmen kann. Und jetzt mache ich auf und jetzt lasse ich diesen Druck wirken. Und zwar so lange, wie es braucht. Egal, wo ihr herkommt, egal, was ich dazu fühle. Ich lasse es wirken. Wenn ich Angst habe, dann schaue ich nicht, wie ich mich verstecken kann, sondern ich mache auf und lasse meine Energien fließen, so gut sie halt fließen. Ich lasse den Geist offen. Ich bleibe positiv, damit ich Möglichkeiten empfangen kann, was denn machbar ist. Und ich bleibe offen. Und wenn es mir schwerfällt, dann suche ich mir Unterstützung. Dann suche ich mir jemanden, wo ich das Gefühl habe, der kann offen bleiben. Der kann mich dabei unterstützen. Der kann mir zeigen, was in mir nicht offen ist. Und ich mache auf. Immer wieder. Als tägliche Praxis. Oder ich schreibe es mir auf. Ich erinnere mich. Und wenn was kommt, was schwierig ist. Und ich bin richtig reingegangen und habe gemerkt, jetzt habe ich mich total verloren. Völlig okay. Ich kann mich verlieren. Und ich kann immer wieder aufmachen. Wieder und wieder und wieder. Und es ist ein Schlüssel. Es ist unglaublich. Ich habe seit zehn Jahren, arbeite ich ganz intensiv an meiner Entwicklung. Oder es wird gearbeitet. Und ich komme von ganz woanders. Als Kopfmensch bin ich gestartet. Und was hatte ich nicht alles für Bilder von der Welt. Und was für Begrenzungen. Und was sich da getan hat. Ich meine, klar, zehn Jahre ist schon auch eine Zeit. Aber es ist auch nicht viel. Wenn du dir von heute an zehn Jahre und es geht sowieso immer schneller. Gib dir fünf Jahre Zeit. Du bist in fünf Jahren ganz woanders als heute. Wenn du dich einfach öffnest und diese Energien fließen lässt, die da sein können. Und man muss auch nicht wissen, wie geht es genau. Und jetzt weiß ich nicht. Ja, der hat das schon mal gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Nee, du machst es einfach immer wieder. Es gibt nichts zu wissen. Nichts Wissen ist das neue Wissen. Ganz genau. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich erlaube, dass es geschieht. Fertig. Danke. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, es drückt und drückt und drückt. Und wir von Welt im Wandel machen auf. Und wir sind verrückt. Offensichtlich verrückt. Und wir machen weiter. Mit euch, dank euch und gemeinsam werden wir alle Möglichkeiten haben. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns über eure Kommentare. Und wer Lust hat, den Stefan zu kontaktieren, mehr über ihn zu erfahren. googeln, schauen und einfach nur aufmachen. Tschüss.